Ja, willkommen zurück zu Minecraft. In dem letzten Part haben wir ja in der Nähe von der Schlucht, da unten, ja, ein Skelett-Spawner gefunden. Oh, au, au, au. Was soll das? Müsst ihr so spontan auftauchen? Ja, ich habe gedacht, es wäre jetzt ein Skelett, das mich da am erschießen ist, weil ich, ja, noch vom letzten Mal eine Riesenarmee von Skeletten habe. Ja, und, ähm, ja, danke schön. Bitteschön. Nett von dir. Ja, ich weiß. So, also, äh, jetzt müssen, äh, wer das nächste, äh, den Krempel. Ich hatte, war, ähm, voll in meinem Inventar für das ganze Zeug, was halt in den, ähm, ja, in den Schatztruhen drin war. Weißt du? Okay. Und da muss ich, äh, äh, au. Was heißt das? Hier ist eine Mine. Ja, das ist ja die Mine, haha. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ab in den Wasserfall. Uah. Äh, ja, geht ihr mal den Abfluss hinunter. Ich gebe meine... Was ist immer lustig? Hier ist ein Smaragd. Oh, scheiße. Nö, ich bin so dumm. Smaragd ist weg. Man hört an einer Stelle, hört man ganz viele kleinen Spinnen, wenn man ein bisschen wartet. Cool, Kohle und Kürbiskerne. Da. So. Ähm, hat irgendjemand vielleicht noch ein bisschen Eisen dabei oder so? So drei Stück. Warte. Nö. So ganz rein zufällig. Ja, ich habe etwas dabei. Weil ich habe eine Steinschmutzung drin, das ist im Vorrat, äh, ja. Nicht gerade vorteilhaft. Wo seid ihr denn? Hat irgendwer die... Hat irgendjemand die, äh, Uhr im Auge? Ähm, nein. Aber jetzt, ja. Gut. So. Hast du nur einen Wollspink oder soll ich einen machen? Alter, wo sind die? Ich habe eine. Okay. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wie gesagt, ich habe, äh, noch nicht groß die, ähm, äh, die, ähm, hier. Ach so. Eisen. Äh, wie viel brauchst du? Äh, drei. Eins, zwei, drei. Äh, nee, ich habe halt die Mine noch nicht weiter erkundet. Oh, Entschuldigung. So. Da. Äh, mein Headset spinnt. So, kannst wieder abbauen. Eine. Links. Nett. Ähm. So. Jetzt muss ich nur sehen. Ich muss, ich habe noch Roheisen dabei. Also, sprich, ich muss da, ähm. So, jetzt dürfte es wieder klappen. So. Wo sind die Spinnis? Ja, müssen wir gucken. Äh, die sind bestimmt hier irgendwo. Oh. Kann es sein, dass du die, ah, ja, hier sind sie. Ah, Hilfe. Hilfe. Wo? Ja, ich habe kein Essen mehr. Ah, aua. Nein, Hilfe. 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 So, erst mal muss die Lava weg. Hier, komm her. Ah, was ist das? Ah, 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 ah. Ich habe einen Spinnspunkt. Will auf, will auf. Ja, ja, kannst du noch kämpfen. Weil die sind noch überall Drohnen. Ja, ich habe hier ja noch gar nichts erkundet. Weil ich erst mal... Wo sind die? Kürbiskerne. Toll. Und Kohle. Die sind, äh, hier, da, im Spinngewebe. Ich sehe die aber da nicht. Da. Achso, okay. Äh. Gerne, oh, ich will kämpfen. Aua. Dann tu das. Viel Spaß. So, ich hole mal etwas Holz hier weg. Na komm, lass mich auch mal kämpfen, Rikon. Ich will auch nicht schwärmen. Ich will hier gerade bloß die Dinger hier wegmachen. So. Mäh. So. Oh. Oh, oh. Das Bandschmuck ist ziemlich stark, das schwirrt. Ey. Oh, da ist ja ein, äh, Minispinn-Spawner in der Lava. Ja, hier scheint es wohl ziemlich viel, äh, davon zu geben. Jetzt spawnt mal. Ich dau's. Ähm, Tron Petri. Ja. Hättest du noch mal vier Eisen für mich? Ich muss jetzt erst mal, äh, schmelzen. Äh, weil ich hab hier... Ich kann so behindern. Ah! Äh. Weil ich muss unbedingt ein Schwert bauen, weil es, ja, gibt mir zu neigen. Achso, äh, ja, kleine Info noch am Rande, falls ihr dieses Video seht und, ähm, genau, also ich werd jetzt wahrscheinlich wieder Minecraft mitmachen, aber auf meinem Channel läuft, auf meinem Channel läuft, wie gesagt, aktuell noch nichts, weil halt irgendwie mein Browser dauernd spinnt, wenn ich irgendwas versuche hochzuladen. Und viel dazu. Hm, hm. Oh, toll, ist meine... Oh Gott. Jetzt hab ich kein Schwert mehr, ich kann mich nicht mehr verteidigen. Ja, äh, du hast ja gesehen... Warte, 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 warte. Ich hab immer jetzt fast alle Spinnen dazu weggemacht. So. Du brauchst ein Schwertchen, sagst du, ne? Jo. Ich brauche eine Spitzhacke, ich brauche eine Spitzhacke. Was wir alles brauchen. Naja, muss ich dazu sagen, wir haben jetzt kein Stuff dabei, weil wir irgendwie hier hinkommen mussten und hatten da nicht gerade irgendwie... Ganz spontan aus Reiter vom Himmel gesagt, wir nehmen jetzt auf. Ja. Und dann hatten wir halt jetzt kein Stuff, deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen zusammenkramen. So, ich guck hier mal die ganzen Schächte durch, dass ich die beleuchtet kriege. Und ich baue hier noch ein bisschen Zeug ab. Aber hier war noch keiner. Hier ist Gold. So, hier ist ein Schwertchen für dich, Reekon. Dankeschön, dankeschön. Und wo ist Sranorff? Da ist Sranorff. Oh, das ist cool. So. Danke, dann gehe ich da hinten. Das ist ein bisschen Gold. So, dann kann ich mir jetzt auch eine Spitzhacke machen. So. Um den... Oh. Rubin ist ja nix drumherum. Ja, ich habe eben auch einen Rubin abgebaut, aber leider hatte ich da noch keine Eisenspitzhacke. Oh. Er sah aus wie eine Spitzhacke, aber naja. Eisenspitzhacke, aber... Aber doch bloß ja die Steine. Ein Skelett! Ihhh! Ja, ich bin vor. Boah. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Bist du denn? Wir haben einen Bogen gekriegt und Pfeile. Bestimmt wieder total ramponiert. Ah, ich sehe dich. Ja, stimmt. Ja, ich möchte hier Eis abbauen. Aber er schießt noch. Kann man. Ja, aber nicht mehr lange. Oh, Eisen. Ach, du brauchst das halt. Oh, hier unten. Oh, so. Also ich meine Eisen. Ach gut, ich gehe ja schon. Ach gut, diese Dinge, schau jetzt. Ach geil, hier ist Gold. Nicht abbauen. Vorsicht. Aber ich komme mir... Ihr kommt ja... Der Ofen steht ja da. Denkt daran. Hat, 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 irgendwie etwas zu essen irgendwie, weil ich habe nichts mehr zu essen. Ja, hat, hat, kann ich dir geben. Wie bist du? Ja. Hallo. So, weil ich will... Ich gucke, dass ich die Truhen beim Dungeon, also beim Spawner da, geplündert kriege. Den ich ja in der letzten... Wo, wo, wo bist denn du? Äh... Dann laufen wir dann nämlich hier zu zweit hin. Ich erkunde. Ich bin, äh, wieder bei... Äh. Äh... Wo geht's denn da hoch? Scheiße. Ah. Hier. Ah. Okay. Ah, hier geht's runter. Ja, ist es noch. Äh... 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 Der hat mich ins Spinnennetz geschleudert. Wie das aussah, ey. Oh, juh. Bäh. Alter, ich... Oh, Schock. So, wo müssen wir lang, um zu dem Spawner zu kommen? Ja, hier einmal... Immer zu Kies. Ja. Hier rauf. Dann killen wir die nämlich jetzt. Mal sehen, ich hatte zwar ausgeleuchtet, aber man weiß ja nie, ne? Oh, nö. Ich bin jetzt hier wieder in einem Gebiet, wo ich wieder nicht weg kann. Hier ist wieder dieses, äh, Ass, äh, Andestine, äh, wie das heißt. Was? Und diesen Granit und alles dran. Ich muss immer alles abbauen. Ich hab so einen Drang danach. Achso. Aber nein, lass es. Ich hab nur meine Stelle, wo ich das abbaue. So, ich muss jetzt mich erstmal orientieren, wo das jetzt... Ne, hier war's nicht. Äh... Hier geht's wohl nicht mehr weiter, aber das glaub ich nicht. Weil an einer Stelle macht es so einen komischen Knick oder so. So einen komischen Knick. Ähm... Hier muss man vielleicht ein bisschen Minecraft lauter machen. Ah, hier. Hier. Okay. Oh, was ist denn das? Hä? Hier runter, oder was? Hier. So, und... Let's kill them. So. Du willst ein paar XP sammeln, ja? Okay, ich bin bereit. So, dann mach ich mal ein paar Fackeln weg. Brauchen natürlich einen Augenblick. Oh, nö, jetzt bin ich in den Dorn. Von wegen! Vorsicht! Bläh! So, dann endlich. Man hält bloß Vorsicht von wegen und bläh! Du darfst, 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 darfst einsammeln. Ich nehm alles mit, wenn's geht. Ah, hier, warte, nimm mal eine Schallplatte. Eimerchen und Schießpulverpilze hier. So. Okay. So. Mach ich grad noch mal ein paar Facken. Okay, dann... Ich guck die auch noch weg. Vorsicht auf, Sarri. So. Ach, ich hab's doch gedacht. Eins. Ich baue einen Block weg und schon guck wieder den nächsten Raum. Ja, jetzt muss... Und ich guck mal, wo ich den Zombie... Oh, ich sollte mal was essen. Nur noch ein halbes Herz. Äh, ja. Da empfiehlt es sich immer, was zu essen, wenn man, äh, hungrig ist. Mhm. Man, ich komm nicht hoch. Oh Gott, drei auf einmal. Oh! Ach, tot. Was ist das tot? Nein, nein, nein. Die Skelette sind tot. So. Na gut, das würde ja auch eingewernt werden. Oh, schon wieder. Ah, ne, es sind nur zwei. Okay. Oh, ja, weh. Ich frag mich, wo hier... ...die Zom... ...der Zombie ist. Den hab ich schon im letzten... Ne, den hör ich... ...den hör ich hier sehr stark. Na, ich kann den Block wegmachen. Na, spawnt endlich. Ich guck mal, ob die etwas weiter unten sind. Äh, hier ist wieder der Spawner. Warte, den beleuchte ich mal gerade. So kleine... ...du versuchst die kleinen Spinnen, oder was? Ja, ja. Ja, ob das... ...ich weiß nicht, ob das... ...diese Taktik bei kleinen Spawnern... ...sackt. Weiß es auch nicht, aber ich hab's jetzt einfach mal versucht. Hab einfach drumherum auch ziemlich viel zusätzlich ausgeleuchtet. Ne, hier wird's schon wieder leiser. Ja, hier, hier bei mir ist es sehr, sehr stark. Ich guck mal. Hä? Das... ...das ist ein Spawner auf jeden Fall auch. Ja, muss es, weil... ...wenn's schon in der letzten Folge... Ähm... Okay, dann komm mal zu mir, komm mal zu dem zuletzt. Warte, das ist jetzt von mir, das ist bei mir. Dann gucken wir, dass wir uns hier irgendwie durchbuddeln. ...und vielleicht mal an jeder Seite mal so gucken. Und gucken, ob's da lauter oder leiser wird. Ne, hier wird's leiser. Also andere Seite. Also wo ich hier bin... ...rechtes Ohr. Ja genau, da bei dir. Irgendwie da... Vielleicht über uns oder unter? Ich glaub, über uns muss das dann sein. Ich weiß es halt nicht. Vielleicht treffen wir uns. Dabei hab ich ja den Skelett-Spawner gefunden. Weil ich diesen... Oh, jetzt ist er sehr, sehr nah. Die sind verdammt mal hier bei mir. Hallo, ich bin auch da. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, komm her, komm her zu mir. Obwohl, ich weiß es nicht. Aber jetzt sagen, hier. Ah, nee, doch nicht. Ah, hi. Vielleicht ist das der Skelett-Spawner hier, ne? Ja, das ist der Skelett-Spawner. Aber die sind so schön, so laut hier, die Zombies. Ja, die müssen hier irgendwo unmittelbar irgendwo... Warte, ich hab hier Headset auf, deshalb... Die kommen ja von irgendeinem... Warum hast du das da? Da links, jetzt sind sie links. Ich putze mich grad zum Zombie hin. Weil ich bin definitiv bei ihm. Ah, hi, Eirikon. Hi. Das, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Schnell zu mir. Ja, da könnt ihr mich ja gerade noch hinbekommen. Ah, da läuft das, guck an. Da ist ein Zombie, das sind zwei Zombies, aber... Oh, hi. Oh, hi. Aber das ist kein, das ist kein Spawner. Ne, hier ist aber kein Spawner. Nope. Okay, das waren das nur zwei nervige Zombies. Aber die waren schon in der letzten Folge. Oh, hier, guck mal, hier geht's interessant lang. Können wir mal kurz mal gucken. Aber wie ist das eigentlich zeittechnisch aus? Haben wir noch ein paar Minütchen, oder? Ähm, wir sind jetzt bei... Warte, warte, warte. So bei 12, 13, 14 Minuten. Okay, dann können wir ja noch ein bisschen. Also haben noch so zwei, drei Minütchen. Ja. Aber die Folge halt ein bisschen kürzer, aufgrund dessen, dass wir halt mehrere Folgen zusammen aufnehmen wollen, jetzt. Okay, hier ist wieder die Mine. Nach da, hier gibt's aber drei Richtungen, da unten ist auch die Mine. So. Oh, nee, ins Wasser, die, äh, ja. So, dann... Ein Päuschen? Ja, ein Folgenpäuschen. Ah, noch mal. So, also. Hier. Mit... Machst du diesmal die Abmoderation, oder? Kann... Joa, kann ich machen. Gut, liebe Freunde, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann sind wir auch wieder dabei, Rikon und ich. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö.